... wird in die Geschichte von Love Island eingehen. Frauen respektiert er ja sowieso nicht. Die Frau ist immer schuld. Respekt zu ihm. Respekt zur Frau, das kennt er nicht. Wie auf dem Klo. Wo die toxischen Typen... ... die Show boykottieren. Guck auf wo denn einfach. Nein heißt nein. So respektlos und falsch. Ja, was soll ich sagen? Die heutige Folge wird auch nicht ganz so optimal, aber sie endet einfach nur wundervoll. Servus Leute und herzlich willkommen zur Folge Nummer 11 von Love Island irgendwo auf Teneriffa. Ja, die letzte Folge war von toxischer Männlichkeit einfach nur so voll geschossen. Heute wird es auch so sein, aber wie gesagt, am Ende wird die Folge ein wundervolles Ende nehmen. Deswegen würde ich jetzt sagen, viel Spaß mal anschauen und los geht's. Die Sendung mit den frisch geschüttelten Gefühlen. Jetzt meine Hose ausziehen was. Zwei Männer dort, die sollte man auf jeden Fall ordentlich durchschütteln, damit sie wieder mal zur Vernunft kommen und ihre Frauen nicht mehr so fertig machen. Good morning Love Island. Wir grüßen Leonie und Leon in der Private Suite. Wir grüßen Meidi und Warnuschka auf dem Daybett. Ach, warte, 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 warte. Ist in der Private Suite gestern bei den beiden Leonis nicht ein bisschen mehr passiert als nur Knutscherei? Der ist irgendwie so echt groß. Ein Pluspunkt. Ich mag seine Haare. Ja, buschig ist auch. Und auch sein Charakter ist einfach, ja, ich mag das. Der ist sehr selbstsicher und ähm. Ähm, ja, Hauptsache, es klingt nach viel Spaß. Das ist wichtig. Aktuell festgelegt bin ich 12 von 10. Schön. Ja. Ja. Der fühlt sich bei Leon auf jeden Fall gut an. Das ist wichtig und richtig. Die beiden hatten wohl doch sehr viel Spaß in der Private Suite. Aber fragen wir doch den Profi der Profis, aller Profis auf dieser Welt. Flirt Coach Adriano, der Bundestrainer der Liebe. Wie schätzt er die Pärchen so ein? Bei Nico und Jenny. Die sind ja schon ziemlich weit. Tutobene. Tutobene bei mir und meine Pärchen. Ja, das redet er sich so ein. Es ist aber nix Tutobene. Es ist alles Laufmittel. Bei Merdi und Vanuschka denke ich schon, ähm, also, ich denke, die passen auch gut zusammen. Ich weiß schon wieder, was Merdi anhat. Ja, der Adriano, der ist auf jeden Fall ein echter Profi im Datingbereich. Ist selber zwar noch etwas Single und hat auch keine Frau in Aussicht, aber das wird er noch kommen in den nächsten Jahren. Aus welchem Loch kommst du? Aha, als Bio drankam, war Sandrine wohl gerade krank. Naja. Und sie war wohl auch etwas krank, als sie ihren Typen gewählt hat. Denn ganz so gesund ist dieses ganze Konstrukt Beziehung immer noch nichts. Das Gefühl hatte ich auch, dass er ein bisschen eifersüchtig ist. Naja, ich muss doch mein Revier markieren. Hi. Hm? Es gab ja auch noch gar keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Ich meine... Genauso ist es, Adriano. Ich meine, bei Hunden, okay, da verstehe ich es noch. Die revieren ihr Markier schon im Vorhinein. Aber bei Menschen so, wenn man den Menschen vertraut, wieso muss man den dann markieren? Finden wir hier übrigens alle auch. Deswegen, kleiner Spoiler, für Butschi gibt's heute Konsequenzen. Ich hoffe ja einfach, dass Butschi und Nico bei ihrem kontrollierenden Macho-Gehabe rausgeworfen werden. Das ist einfach ungesund für alle. Also das, was ich gesagt habe, habe ich ja gesagt, also... Danke. Bitteschön. 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 Adriano ist einfach durch im Kopf. Aber halt auf eine lustige Art und Weise, so. Er kann nichts dafür, er ist einfach unterhaltsam. Was soll ich erzählen? Also gibt's keine Love Island-Kinder, kein Kind, das jetzt schon Promiland ist. Boah, ich kann mir vorstellen, dass Butschi das Ganze erzwingen könnte. Adriano, du hast noch nie so laut geschnarcht wie heute, heute war ja richtig Endlevel. Ja, ich war nervös, weil der Jendrik kommt und hier mein Couple ausspannt, dann konnte ich nicht gut schlafen. Dann ist man direkt nervös. Ja, aber... Man sieht's in ihrem Gesicht, Inna ist jetzt auf jeden Fall happy mit ihrem neuen Jendrik und die beiden sind so das deutscheste Couple, was es gibt, oder? So komplett blond, groß und hellhäutig. Boah, jetzt wird mir zu heiß auf einmal. Ja, dann zieh dich doch aus. Ja, ja, sie grinst nicht ohne Grund, mhm. Oh. Ja. Die kriegt ja gleich einen Orgasmus. Kann passieren. Mhm, Leonie vermutet's, Irina bestätigt es. Sie findet den blonden Typen sehr, sehr heiß und wer weiß, vielleicht gibt's bald die Paarungszeit und sie können ein Couple werden. Wuuu. Wuuu. Da ist meine Hose aus Simas. Ja. Nachiiicht. Stellt euch mal vor, ihr seid so ein wilder Vogel. Ihr fliegt über diese Villa, die irgendwie mit Farbeimern beworfen wurde. Und da stehen 30 Menschen und schreien... Nachiiicht. Ja, ganz normaler Sonntag, würde ich sagen. Islander. Man sieht doch, wie fertig sie ist, wenn sie bei ihm ist. Hashtag Splish Splash, Hashtag Playtime, Hashtag Poolparty. Geil. Dann machen wir eine fette Poolparty. Oh yeah. Und bei der Poolparty wird getanzt, getworkt und auch gesungen. Wundervoll gesungen. Taki Taki. Taki Taki. Hoppa. Taki Taki. Nice. Hat's wer gesehen? Ich hab's gesehen. Und ich sehe ja, dass kein Mensch, niemand will was mit ihm zu tun haben. Redebedarf zum Thema Butchi und Sandrine. Hä, war das? Butchi hat wohl Sandrine verboten, auf ein Date zu gehen, wenn sie ausgewählt wird. Butchi will einfach Macht über seine Frau haben und Leonie findet eine ziemlich gute Beschreibung. für dieses Problem. Wie sehr willst du einer würgen, Alter? Also wenn du so ein Mensch bist, dann brauchst du hier gar nicht mitmachen. Ja, am besten sollte man dann überhaupt niemanden daten, wenn man schon sein Leben bestimmen will. Butchi? Das nimmt kein gutes Ende. Also Butchi ist sehr anhänglich und das ist was, was mich grundsätzlich nicht stört. Ich finde es auch schön. Ähm. Ähm, sie ist halt jetzt schon total manipuliert von ihm, weil sie nicht mal merkt, was das Problem ist. Aber gut, sie wird später auch sagen, dass es durch vorherige Beziehungen alles schon verstärkt wurde. Ich kann Menschen sehr gut abschreiben. Möchte ich ja auch Rücksicht auf ihn nehmen. Und das ist so ein inneres Gefühl, das sich dann bei mir einstellt. Sie muss Rücksicht auf ihn nehmen, beziehungsweise will selber schon Rücksicht auf ihn nehmen. Aber er, er darf natürlich alles machen, was er möchte. Für ihn gibt's keine Grenzen und keine Beschränkungen. Ähm, Sandrin. Der Sprecher geht heute noch komplett ab. Äh, Moment mal, Nico und Jenny hatten doch gestern noch den Mörder Zoff. Aber, ähm, uns geht's gut und, äh, es ist alles geklärt. Naja, mit dieser Möchtegern-hypermaskulinen Priorität soll alles geklärt sein. Denn wir werden ja gleich noch sehen. Wir sprechen Abend in Ruhe. Ich hab auch nicht mit vielen Männern geschlafen. Wie viel? Willst du euch sagen? Niemals. Doch. Niemals. Nein, eine Frau kann nicht so wenige Männer gehabt haben. Und seine nächste Aussage, die geht auch schon irgendwie in die krankhafte Fantasierichtung. Du musst dir noch ein bisschen was beibringen. So, oh, du junges Mädchen, du hattest noch nicht viel, muss ich dir was beibringen. Ich sag's mal so, wir werden sehen, ob Engelchen und Teufelchen zusammen passen. Zeig, was für eine krasse Frau du bist. Ja, wir wollen doch wieder, das ist wirklich geil, man. Ich meine, wir sind hier in vier. Gesellschaft 2022. Sie ist eine krasse Frau, weil sie nur drei Typen bisher hatte. Er ist ein krasser Typ, weil er einfach nur eine Bumsbirne ist und jede Frau aus dem Club abschleppt. Das ist das Handy vom putzigen Mark. Und das hat am 30. März geklingelt. Das ist jetzt schon ein paar Tage her. Okay, Sanne und Mark, denn für euch beide geht es gleich auf ein Date. Lehrer Magen liebt nicht gern. In diesem Sinne, bon Appetit. Aber das Date ist leider sehr langweilig, weil nur diese Handfalten hier gelesen werden. Und deswegen schauen wir zurück in die Villa. Es wird noch Nachschub kommen, das kann ich dir garantieren. Ich kann nur einen Rat geben, mach dir niemals Gedanken über Sachen, die du nicht selber in der Hand hast. Niemals. Nachschub kommen, Rat geben. Er redet irgendwie, er versucht so zu reden wie so ein Gangsterboss. Hier wird jetzt gestylt. Ich hab Haare, Nägel, Make-up, alles auf. Flieg, flieg, flieg. Flieg, flieg, flieg. Ich würde lieber sagen, dass hier Vom Donnerstag so oft noch die Reste zwitschern, Make-up raufklatschen, bis die Fresse glitzert. Sieht nach guter Stimmung aus, aber dieser Abend wird in die Geschichte von Laweiland eingehen. Vielleicht sogar zweimal. Und beim ersten Mal befürchte ich, dass viele Personen jetzt die Rettung rufen werden. 1-4-4. Hallo? Oh mein Gott! Das tut schon weh in den Ohren, gell? Freut euch Jungs, die Mädels werden euch heute mal sexy antanzen. Aber das ist Butschi zu viel. Zu viel, aber man sieht auf jeden Fall, wie schnell sich die Jungs von hm zu hm verwandelt haben. Er will die Show boykottieren. Medi und Nico machen mit. Bei Jenny stehe ich auf sofort. Eigentlich bei jedem, Digga. Ich stehe sofort auf. Digga, 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 save. Digga, save, Bro. Digga, Digga, save. Weil Leben ist gleich Spiel und Spiel ist gleich Leben. Also gibt's kein Witzig. Es ist ein Spiel. Alter, ist das peinlich. So, das habe ich auch noch nicht gesehen. Die drei Amigos lassen Ina eiskalt auflaufen. Ja gut, ich meine, sie müssen jetzt nicht unbedingt hinschauen, wo sie hinschauen sollen. Sie können ihr auch ins Gesicht schauen, aber gut, das kennen sie halt auch wieder nicht. Steh sogar jetzt auf. Oder guck auf Boden einfach. Nein, steh jetzt auf. Guck auf Boden. Nein. So, steh jetzt auf, guck auf Boden. Steh jetzt auf, guck auf Boden. Mach doch mal was im Leben, sondern red nicht nur Blödsinn. Komm, steh auch auf. Steh auch auf. Uchi und Nico, das ist das Erbärmlichste, was ich bei Love Island je gesehen habe. Sie stehen auf aus Respekt vor dem Medi, weil seine Vanuschka jetzt tanzt. Aber sie machen deutliche Anzeichen, was ihre Fantasie ist. So, das ist ja noch viel schlimmer, Alter. Wie kann ein Mensch sich so zum Depp machen? Hat was mit Respekt zu tun. Respekt zu ihm, weißt du? Respekt nur zu ihm. Und natürlich nicht Respekt zur Frau, ihr nicht ständig hinterherzuschauen. Denn Respekt zur Frau, das kennt er nicht. Weil Medi mit Vanuschka verkappelt ist, will Butchi sie nicht angucken. Das ist wirklich Respekt nach Art der Höhlenmenschen. Genau. Und ein Luftkuss, der ist okay. Aber er darf sie nicht anschauen. Aber wenn alle in Bikinis rumlaufen, will ich nicht wissen, wo der dann hinschaut. Sandrine ist Butchis Couple. Denn die Jungs benehmen sich wie die Dreijährigen. Und genauso behandelt sie Sandrine auch. Oh yeah. Mega geile Aktion von der Sandrine. Und man sieht schon, der Butchi kocht innerlich komplett. Die Jungs sitzen da wie auf dem Klo. Was gemacht? Sehr gut. Wirklich sehr geil von der Leonie. Weil sie halt doch alles gegeben hat. Obwohl die Jungs irgendwie versucht haben sich zu verdrehen. Hashtag Ansage. Für ne Frau. Echt nicht cool. Unter aller Sau fanden wir das. Genau. Vor allem bei der Leonie sind sie nicht aufgestanden. Obwohl die Leonie mit dem Leon verkappelt ist. Es heißt ja nicht, dass ich euch anfasse oder euch geil finde. Und nicht runter zu gucken. Also sorry. Jungs, ich liebe euch. Aber das ist jetzt nicht meine Art. Ich würde nicht eure Frau jetzt anfassen oder so. Und wie gesagt, man muss denen jetzt nicht auf den Arsch oder sonst wo hinschauen. Man kann ja einfach ins Gesicht schauen. Und wenn das die Jungs nicht kennen, dann müssen sie halt so feige sein und aufstehen und sich wegdrehen. Vor der ganzen Sache war mir auch nicht klar, dass ich das empfinde für dich, was ich empfinde. Das ist genau der Punkt. Oder wie ich. Du bist kein Spiel für mich. Oh doch. Sie ist auf jeden Fall ein ganz ganz großes Spiel für ihn. Und außerdem ist er nicht bei allen Frauen aufgestanden, sondern nur bei den Frauen seiner Bros. Ein offizielles Couple ist ja nur eine Spielregel und weniger wert als ein Nicht-Couple, welches viel mehr Gefühle füreinander hat. Und wieso ist er dann nur für die offiziellen Couples aufgestanden? Dann hätte er einfach für alle Frauen aufstehen müssen. Okay. Sorry, aber was ist mit einem Unterschied, wenn du dann sitzen bleibst? Nein, das hat was damit zu tun, weil es nicht um euch geht, sondern um die Männer. Genau. Denn Frauen respektiert er ja sowieso nicht. Die Männer auch nicht. Außer die Brother-From-A-Nazza-Mazza-Männer. Die respektiert er. Die Rechnung kriegst du dann noch heute Abend. Der Held läuft weg. Das passt super zu deiner ganzen Haltung. Die ist nämlich auch zum Weglaufen. Genau. Zum Weglaufen. Und endlich. Endlich passiert es, dass die Produktion, die Redaktion durch den Sprecher einfach mal was ausspricht, was Fakt ist. Und nicht das Ganze überspielt, wie in anderen Formaten. Die drei Kindergarten-Jungs verlassen beleidigt den Spielplatz. Wir sind doch hier nicht im Gorilla-Käfig. Stimmt. Im Gorilla-Käfig, da liegt viel mehr Gehirn. Quatschen vom Respekt und haben selber keinen. Man sollte keinen besitzen und jeder sollte frei sein. Ja, das sollte man mal Butchi erklären, obwohl der das wahrscheinlich eh nicht verstehen wird. Da geilt sich ja auch keiner jetzt drauf auf, dass er heute Nacht unseren Hund sichern runter da unter der Decke, weil er Sandrine tanzen gesehen hat, zwei Sekunden. Bumsbro Nico anscheinend schon. Aber hey, die Frauen sind ja daran schuld, dass sie so sexy ausschauen. Die Frau in Grund und Boden reden. Auch ganz wichtig, die Frau ist immer schuld. Genau, wie in den anderen Formaten, wo die toxischen Typen zugeschlagen haben. Nur, dass es jetzt endlich mal vom Sprecher im TV gesagt wird und nicht immer nur ich sprechen muss. Lass hier sprechen. Wo willst du denn sprechen? Wenn es hier unwichtig ist, dann geh ich, lass dich. Sie hat doch gesagt, sie will hier sprechen. Sie hat nicht gesagt, es ist unwichtig. Der Typ ist einfach nur, er kann nicht mehr klar denken. Nur, falls jemand fragt, nein, wir Männer sind nicht alle so. So sind nur die ganz Speziellen. Die ganz Speziellen, mit manchmal dem toxischen Bart und immer diesem selben Verhalten. Du hast bei jedem ein bisschen getanzt, bei mir bist du gekommen, hast dir Sahne drauf gemacht. Ich hätte vielleicht auch erwartet, dass du mich küsst oder sonst was. Naja, uns allen wurde beigebracht, dass man keinen Dreck von der Straße aufheben sollte. Weil ich es einfach nicht cool fand, dass ihr aufgestanden seid. Das hat was mit Medien zu tun. Es geht auch nicht um euch. Es geht hier gar nicht um euch. Ja, lügen kann er auch. Denn es ging ja immer um Respekt vor den Frauen. Aber ihm geht es ja nur um die Typen, ihm geht es gar nicht um die Frauen. Frauen sind ja nur so, ne, Einweghandschuhe und dann wirft er sie halt weg. Das geht dann um den Respekt unter euch und nicht um den Respekt vor uns Frauen. Und darum geht es mir. Ich glaube nicht, dass er irgendwie mitkommt. Er sagt nur ja und das war es auch schon. Nein, das nehme ich nicht an, weil es nicht so ist. Doch. Nein, du kannst nicht immer irgendwelche Sachen sagen. Ich glaub das dann einfach. Naiv. Nein. Genau. Nein heißt nein. Auch wenn er ein Nein nicht versteht, heißt es einfach nein. Und gut, dass ihr das endlich mal ausspricht und ich hoffe, dass er jetzt nicht ausrastet. Ich möchte so eine Beziehung einfach nicht mehr führen. Sag mir, du willst mich nicht mehr sehen, ich die mag. Muss sie nicht. Denn die Produktion, sie macht das einzig Richtige. Dein Benehm gegenüber Sandrine und einigen anderen ist so übergriffig, so respektlos und falsch, dass deine Zeit bei Love Island hiermit beendet ist. Und nicht um schwer verbeulte Männlichkeit. Genau, finde ich gut. Love Island ist immerhin schon mal ein Anfang. Ich habe das immer kritisiert in den Shows, aber endlich macht das mal der TV-Sender selbst. Obwohl es zum Beispiel im Sommerhaus der Stars, wir wissen es, noch viel kranker war dort. Ja, ist wie gesagt Love Island zumindest schon mal ein Anfang. Und ich hoffe, dass in den folgenden Formaten auch so gehandelt wird, dass solche Psycho-Kandidaten einfach weggeschickt werden. Macht euch einen schönen Abend ohne diese Typen mit geschwollener Ego-Drüse. Sandrine scheint irgendwie geheilt. Genau, und die Liebe inner hilft der lieben Ariel, wie heißt sie? Hilft der lieben Sandrine das Ganze noch zu verarbeiten und dann ist auch schon Schlafenszeit. Und Sonntag bei Love Island. Ich bin gerade sehr, sehr leer im Kopf. Hilfe! Oh, eine Frau in Gefahr! Weiterhin leere Köpfe gibt es am Montag um 9 Uhr hier auf meinem Kanal. Und ja, ich bin einfach nur glücklich, wie die Folge zu Ende gegangen ist. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, abonniert sie gerne hier oben den Kanal. Schaut hier oben zur Couple-Challenge. Hier unten zum Bachelor ist die ganze Staffel jetzt mittlerweile komplett fertig. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao! Boah, du meine Fresse!